Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CryptoKey und heute schauen wir uns wieder mal einen weiteren Blutentmarkt an. Vielleicht habe ich meine Positionen sogar etwas zu früh geschlossen. Ich habe es in der Telegram-Gruppe geteilt, aber es waren trotzdem mehr als genug Prozente. Heute wieder auch Teilprofite mitgenommen, aber es kann sein, dass wir durch Crypto.com bzw. durch Grow den Token, der ist ja massiv am Fallen, dass wir hier jetzt wirklich noch ein bisschen weiter bluten. Es hat sich kurzzeitig jetzt ein bisschen beruhigt, aber es gibt hier einen Hintergrund, oder einen Hintergrund, warum Crypto.com gerade so ein Verruf gerät. Es gibt hier nämlich ein Riesenproblem oder es gab ein Riesenproblem. Es wurde dieser Crypto-Arbitrage, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Tausenden von Usern bei Crypto.com wurden die Wallets gesperrt, das US-Dollar-Guthaben dort eingezogen, die Crypto.com-Kreditkarte wurde gesperrt und, und, und. Hat der folgenden Grund, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Arbitrage ist. Das heißt, bei PancakeSwap zum Beispiel kauft man einen Coin günstig ein und so war es nämlich auch. Und ich komme euch dann im Detail darauf, wirklich zu euch zu sprechen, erkläre euch das, was hier geschehen ist und ihr bekommt auch eine Live-Nachricht. Ich bekomme später sogar nochmal die E-Mails zugesend. Aber zum Beispiel bei PancakeSwap kostet der Bitcoin, sagen wir jetzt, 10.000 Dollar und auf Crypto.com kostet der immer noch 20.000 Dollar. Das heißt, ich kann mir Tausende von Bitcoins bei PancakeSwap kaufen, überweise sie zu Crypto.com und verkaufe sie dort teurer weiter. Das heißt, ich habe 0, nix, habe ich 100% Gewinn. Das funktioniert, aber so Arbitrage sind sehr, sehr oft der Fall, wenn man dann weiß, wo das ist, wo das stattfindet. Und das wurde bei Crypto.com gemacht. Ich glaube, das war der Gala-Token, wenn ich mich täusche. Wir schauen sich das dann gleich in Telegram an. Ich sage es euch nochmal. Gala hat nämlich bei PancakeSwap nur 0,002 Cent gekostet und konnte bei Crypto.com für 0,04 Cent verkauft werden. Das haben natürlich Tausende Nutzer gemacht. Crypto.com hat all denen, die das gemacht haben, eine E-Mail geschrieben, sie wollen ihr Geld zurück. Warum man das macht, verstehe ich nicht, weil Crypto.com ist selbst dafür verantwortlich, wenn ich mir das jetzt so einmal selbst aus der Meinung holen kann, was der Preis natürlich dort ist. Wenn dort nichts abverkauft, würden die Leute sagen, hey, ich hole mir dort, weil dort ist es teurer. Ich glaube nicht, dass es etwas Illegales ist, kann ich aber auch so nicht zahlen. Auf jeden Fall wurde das von Tausenden von Nutzern gemacht und da wurden jetzt dann Konten eben eingefroren, gesperrt, US-Dollar-Guthaben einbehalten und, und, und. Ist natürlich im Falle von FTX, wo das gerade passiert, wo unglaublich viel Geld verloren gegangen ist, waren ja 6 oder 8 Milliarden jetzt. Da kommt auch nochmal ein Video dazu, weil der dürfte ja gerade nochmal abgehauen sein, Kohle mitgenommen haben und, und, und. Schauen wir aber in einem anderen separaten Video. Der komplett falsche Zeitpunkt von Crypto.com, dass man das auch wirklich jetzt macht oder wirklich vonstatten gibt, weil, wo eh jeder schon Panik hat und seine Cryptos von den Börsen abziehen möchte, ja, das jetzt zu starten und das Einfrieren kann natürlich eine Welle auslösen und das tut es natürlich auch gerade, der, der Verzweiflung der User, das heißt Shitstorm geht los und alle wollen natürlich ihre Assets dort weg und was passiert? Jeder verkauft Crypto.com, jeder holt sich sein, sein Cash dort raus und jetzt passiert genau das, was eben nicht passieren sollte. Der Coin ist am Fallen. Da schauen wir uns auch jetzt kurz am Chart an. Ich muss noch kurz schauen, wo ich hier bin. Und ihr werdet gleich sehen, es schaut gerade nicht so toll aus. Ich gehe mal in den Screen Monitoring hinein und ihr seht ja der Crypto.com-Token massiv gefallen. Eigentlich seit 8. November sind wir hier bei 68%. Dann ist er nach unten gegangen. Unglaublich, Leute. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Zwischendurch im Höchsten. Also wir sind jetzt wieder ein bisschen zurück, aber wir sind weiterhin noch natürlich am Fallen. Jetzt möchte ich euch was zeigen. Twitter ist ja so eine geile Crypto-Plattform, beziehungsweise mit News. Wenn wir uns von CC anschauen, was er vor drei Stunden gepostet hat, If an Exchange have to move large amounts of Crypto before or after they demonstrate their wallet addresses, it is a clear sign of problems. Stay away. Stay safe, you. Was meint ihr damit? Worauf möchte er hinausspielen? Vermutungsweise. Gehen wir mal hier hin. Was wurde hier gepostet? Crypto.com will publish a list of cold wallet addresses and balances for major assets within 24 hours. Das könnte hier vielleicht ein Angriff hier darauf sein, warum muss man erst neue Cold Wallet Adressen herholen, die, so wie er meint, kurz davor aufgeladen wurden, mehr oder weniger, damit genug Guthaben vorhanden ist. Könnte natürlich ein Angriff sein, man weiß es nicht, aber ist halt nicht unbedingt so toll, was hier gerade abgeht. Als kleines Beispiel nur. Der Chart, also Crypto.com, also der Grow-Token weiterhin am Fallen und, und, und. Was wollte ich euch jetzt noch zeigen? Genau, ihr seht hier am 4. November habe ich die Nachricht bekommen. Ich blende natürlich aus, wer das ist und, und, und. Aber da steht nicht, also da ist mir eben mitgeteilt worden. Du glaubst gar nicht, was ich eben die ganze Zeit gemacht habe. Das Arbitrage-Deals meines Lebens. Ah, aber habe ich auf PancakeSwap Gala gekauft für 0,002 Dollar Cent und auf Crypto.com war der Preis noch bei 0,04 und das habt ihr ganze dreimal machen können, bis alle US-Tether von ihm auf die Wallets weg waren. Und am Ende hat Crypto.com dann dicht gemacht. Wenn man das natürlich früher mitbekommen hätte, hätte man viel mehr machen können. Aber es haben natürlich Tausende von User gemacht. Und jetzt zeige ich euch die Nachricht, die ich heute bekommen habe. Und das ist eben hier schon krass, was momentan abgeht mit den Börsen und so weiter. Crypto.com hat meinen Account und Tausend weitere wegen dem Gala-Arbitage gesperrt und verlangt jetzt Kohle. Bei mir wollen sie sehr viel mehr, als ich überhaupt gemacht habe. Und ich habe so einen Stress, mit denen jetzt haben sie meinen kompletten Konto leergeräumt, alle Fands abgezogen, auch Fiat Wallet leer, meine Visa-Karte gelöscht und alles. Und als ich den Account meiner Freunde genutzt habe, um noch etwas zu kaufen bei dem Crash letztens, ging auch lange nichts. Irgendwann konnte man dann auch mal was kaufen und ich kann es einfach nicht wegsenden von der Account dort. Es kommen immer noch Fehlermeldungen. Also was die abziehen, ist echt das Letzte und auch die Gebühren. 1,3 Link wollen die für das Versenden von Chainleaks. Binance will 38 Cent oder so. Und viele andere, denen ich Kontakt bin, sind weg von dort. Und was sie auch viel hören von Große Wallet berichten, dass man unbedingt seine Coins alle abziehen sollte, was ja eh klar ist, aber für meine Kronos-Staking und so konnte ich nicht weiter abziehen und für mein Fiat und Limit Orders. Also das ganze Geld, was dort war, ist jetzt eben weg. Und ja, das letzte Wort könnt ihr euch eh, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Aber ich bekomme hier, seht das, die Mails noch dazu, wo man eben alles dann im Detail sieht. Ich möchte euch das dann auch sehen, damit wir auch sehen, was die wirklich verlangen. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz krasse Sache. Und Crypto.com hat momentan auch Auszahlungsprobleme. Das habe ich in einem anderen Teil in der Gruppe gesehen. Genau, da ist dieses Screenshot, was in eine Gruppe reingepostet wurde. Crypto.com Exchange App und so. Buy, Sell, Withdrawals, Deposits. Die haben überall aktuell Probleme. Kann man eben nichts machen. Also aktuell wirklich nicht schön, was hier abgeht. Mit der ganzen Sache. Schauen wir mal, Crow Token weiterhin jetzt noch so halbwegs. Also stabil kann man eigentlich nicht sagen. Es wird hier gerade ein bisschen aufgehalten. Also insgesamt katastrophale Stimmung eigentlich am Markt, wenn es so weitergeht. Ich habe auch in die Gruppe gepostet, hey, vielleicht habt ihr das jetzt gesehen in der Alerts-Gruppe, wo wir das vielleicht erreichen werden. Ich zeige euch das Bild jetzt vielleicht auch nochmal. Wenn man so schaut, im Tageschart, was wir eventuell, könnten wir nochmal die 14k, dann hätten wir nämlich doppelten Support. Das ist damals eine Widerstandssupportlinie plus hier auch eine sehr, sehr lange Dirkieselinie, was eine mögliche Supportlinie dann wäre von anderen Support, von viel, viel weiter oben noch und dass wir hier eine Flag ausspielen. Könnte sein, werden wir sehen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber wenn das so weitergeht, werden wir nochmal richtig, richtig, richtig fies nach unten crashen. Das heißt, hoffentlich, und das habe ich, ich habe es auch in meinem letzten Video gesagt, Leute, bitte schaut, dass ihr von den Börsen nicht viel Geld oben liegen lassen habt. Ich sage euch das eh schon ewig lang, dass ich, ich habe auch meinen größten Teil, habe ich auf Ledger, wenn es nur auf Metamask wäre, aber einfach nicht auf einer Börse. Man sieht, FTX war so groß. Und trotzdem ging es dann von einem Schlag auf den anderen und dann war es einfach mal vorbei. Genau. Schauen wir uns ganz kurz noch die letzten Trades an, weil ich habe euch ja gesagt, in der Trading-Signal-Gruppe, dass wir eine neue Short haben. Eine Long davor war leider im Verlust, aber auch das ist nicht das Problem. Gehört einfach mal dazu. Gehen wir auf das Screen-Monitoring. Ihr seht hier, das war das letzte Short-Signal, was hineinkam. Wer halt nie was rausgenommen hat, hat jetzt sehr, sehr gute Profite von gesamt aktuell. 9% ohne Hebel. Ich trade ja immer mit 10x Hebel. Ich sage euch das ja, ich scrolle hier auch ein bisschen an, dann sieht man das nochmal besser. Mit 10x Hebel, das heißt 90%. Ich habe aber in Bereichen, ich habe hier einmal Profite genommen und ich glaube, ich habe hier einmal noch Profite genommen und habe jetzt den Rest rausgenommen mit dem letzten starken Drop, was so hineinkommt. Genau. Diese Long war leider ein Fake-Out. Das war hier, waren wir irgendwo um die 40% minus 46. Ich habe es heute in der Gruppe gepostet, Leute. Letzte Nachricht, also in der Alerts-Gruppe habe ich das ja gesagt, dass die letzte Nachricht, also die eine letzte, und ich gehe nicht nur mit Plus, weil ich sehe, ich habe doch sehr, 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 sehr viele Plus-Trades. Hier war er noch in Minus, das war der Atom, der dann mit 45 oder 46% im Minus abgeschlossen ist. Aber ansonsten eigentlich durchgehend immer im Plus. Hier habe ich gesagt, ich teile auch meine Minus-Trades und das war eben soweit, eben dieser 40% circa. Aber alle Atom-Trades, was da vorgemacht wurden, waren da eben bei Weitem darüber. Wenn wir uns das jetzt anschauen, ich habe hier noch gestern am Abend gesagt, hey Leute, aktuell circa 30% im Profit. Man muss halt eben genau alles beobachten und, und, und. Dann habe ich gestern noch gesagt, ich habe 50% drin ausgenommen. In der Nacht habe ich noch gesagt, ASL, also Brows of Break-Even, schätzen. Dann war 70% im Profit und ein Teil der Profite, übrigens über Profite zu nehmen. Bei 89% habe ich dann eben alles rausgeholt. Also könnte natürlich sein, dass es eben nicht ganz so toll ist. Der letzte Long, das war dieser hier genau, der war eben das, der, was leider nicht so toll war. Also falls hier welche dabei waren und Minus gemacht haben, sorry dafür. Ich arbeite eben aber auch nur mit Indikator. Ansonsten, liken, teilen und alles nicht vergessen. Seid spannend auf die nächsten Tage. Montag wird richtig spannend werden, wenn die Börsen eröffnen, wie es da weitergeht. Aber das ist eben krank, was hier bei Crypto.com gerade passiert. Falscher Zeitpunkt für solche. Ich meine, es ist nie gut, solche Moves zu machen. Aber genau zu diesem Zeitpunkt ist natürlich dreimal so schlimm. Ohne zumal weiß ich nicht die Börsen. 1